einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen in diesem video ich hoffe ihr habt gut gefrühstückt denn es steht eine riesige thematik an die kontrazeption die verhütung viele von euch wissen ungefähr wie das so läuft mit den bienchen und blümchen und wie man das verhindert viele haben von der pille gehört oder von spiralen oder vom kondom aber wie das genau funktioniert erkläre ich euch in einer video reihe über die verhütung und damit herzlich willkommen in diesem video weil diese thematik so extrem komplex ist und ich nicht die ganzen basics und auch einzelheiten immer im video format euch präsentieren möchte aber die sehr viel mit meinen blog artikeln wer es noch nicht kennt und weiß es gibt auf meiner webseite www.richtischwanger.de eine kategorie mit gratis wissen gratis wissen von mir für euch unter anderem dieser youtube-kanal aber auch eben die seite blog und in diesem blog gibt es viele artikel unter anderem jetzt auch über verhütung wer also das ganze wirklich verstehen möchte da bietet sich an diese artikel parallel dazu zu lesen ich verlinke euch auf jeden fall unten auch in der info leiste dass ihr einfach da auch die basics lernen weil vieles was wir heute besprechen wird da schon angesprochen ich habe einen artikel geschrieben zu den verhütungsmöglichkeiten die es überhaupt gibt alle möglichkeiten das sind viele und dann auch geguckt was wird in deutschland eigentlich am meisten so angewandt und dann kristallisiert sich schon langsam raus worüber wir auch in den videos sprechen wollen denn ich gehe das ganze so ein bisschen chronologisch durch und ganz oben steht in deutschland natürlich die hormonelle verhütungsmethoden und da sprechen natürlich an welche hormone auch da eigentlich wesentlich beteiligt sind was die für wirkung und auch natürlich für nebenwirkungen haben also ihr seht schon es bietet sich an diesen blog artikel vielleicht vorher oder nachher auf jeden fall ihn gelesen zu haben um zu verstehen worüber ich jetzt sprechen möchte und jetzt geht es los und ich habe mir gedacht dieses thema muss als erstes laufen weil viele wissen natürlich okay ich kann mit hormonen verhüten ich nehme eine pille ein oder was auch immer es werden hormone freigesetzt was für hormone weiß ich vielleicht gar nicht so genau dafür gibt es den blog artikel aber was machen die denn eigentlich in meinem körper wissen die wenigsten und das erkläre ich euch heute das ist nämlich wenn man es im studium lernen muss extrem komplex aber ihr kennt mich ich versuche euch das möglichst einfach zu erklären es ist aber auch extrem spannend ich hoffe ich kann euch dafür begeistern weil das einfach so ein riesen regelkreislauf ist den man gar nicht groß beeinflussen kann und dann stellt sich auch immer heraus klar das kann auch mal nicht funktionieren und dann kommen wir zu dem unerfüllten kinderwunsch auf warum funktioniert das eigentlich bei uns nicht weil ihr dann auch merkt was das für ein riesen komplexer ablauf ist aber jetzt geht es los ich hoffe ihr habt gut gefrühstückt wir alle haben ein gehirn sonst könnt mir dieses video jetzt nicht drehen und auch nicht anschauen und auch nicht verstehen dieses gehirn ist aber nicht eine große graue matschepampe sondern besteht aus einzelnen bereichen die alle eine funktion haben es gibt einen bereich für das sehen für das riechen für das sprechen für das motorische und neben diesem gehirn gibt es auch noch das rückenmark was uns an der wirbelsäule quasi entlang läuft bis unten hin auch teil des zentralen nervensystems neben gehirn und dem rückenmark gibt es am gehirn noch solche anhängsel das ist besonderes augenmerk heute da gibt es nämlich den sogenannten hypothalamus stellt euch den hypothalamus als zentrale vor da wird wie so ein riesen computer raum da wird alles gesammelt informationen gesammelt und befehle nach unten gegeben an den körper darunter hierarchisch könnte man so sagen ist die hypophyse ein anhängsel auch aus gehirn gewebe die aber auch sehr autark arbeiten kann hypothalamus hypophyse hypothalamus ist die zentrale hypophyse ist das darunter liegende steuerorgan und hier geht es wirklich auch um die sexualhormone der hypothalamus gibt pulsatil automatisch ihr könnt das nicht steuern gibt also automatisch immer ein hormon frei in einer speziellen frequenz am tag und das ist das sogenannte gnrh gonadropin releasing hormon und releasing hormon sagt vielleicht schon so ein bisschen setzt immer irgendwie eine kaskade frei setzt irgendwas frei gnrh ist also der taktgeber quasi der hypothalamus mit diesem gnhr ist der taktgeber für den restlichen ablauf aber was wir nicht vergessen dürfen es kriegt auch immer noch die rückkopplung von unten wie viele releasings habe ich denn gemacht wie viele andere hormone sind freigesetzt worden wenn das zu wenig sind sagt gnhr okay ich muss mehr pulsieren das heißt ich muss mehr hormone da unten freisteuern wenn da aber schon viele im körper flottieren kommt der die information nach oben nee nee da sind genug kannst du ruhe geben und dann geht die pulsatil kurve ein bisschen runter also dieser rückkopplungs mechanismus den müsst ihr euch mal im wahrsten sinne im hinterkopf behalten also gonadropin releasing hormone wird freigesetzt gnhr kommt jetzt zur hyperphyse und hypophyse sagt okay alles klar wir brauchen also mehr hormone mehr sexualhormone also mache ich auch wieder hormone die die sexualhormone freisetzen das ist das sogenannte fsh folikel stimulierende hormon lh luteinisierende hormon habt ihr vielleicht alles schon mal in meiner zyklus in meinem zyklus video gehört diese hormone da werden noch eine vielzahl anderer hormone auch für die stilldrüse etc freigesetzt wir konzentrieren uns jetzt aber wirklich nur mal auf die weiblichen sexualhormone hypophyse sagt also alles klar ich mache fsh ich mache lh fsh und lh gehen jetzt nach unten zu den eierstücken zu der nebennäheren rinde und fettgewebe konzentrieren uns mal auf die eierstöcke und sagt hier da oben scheint nicht so viel anzukommen macht mal mehr hormone macht mal mehr östrogene und macht mal mehr lh damit wir hier zur sache kommen fsh sagt jetzt also dem eierstock okay wir müssen hier mehr folikel also eibläschen stimulieren damit die heranreifen damit es zum eisprung kommt das luteinisieren der hormone das heißt das lh ist unter anderem für die androgene zuständig für die männlichen hormone macht aber auch wer im zyklus video gut aufgepasst hat den eisprung das heißt es ist alles wird von hier oben gesteuert was da unten passiert mit dem eisprung und mit dieser folikel heranreifung und da setzen jetzt quasi auch diese hormonellen verhütungen an vor allen dingen das östrogen und hier bietet sich jetzt wieder der blog artikel an wo ich über diese gestagene und östrogene spreche das sind ja die beiden die bei der hormonellen verhütung eingesetzt werden und vor allen dingen die östrogene wenn wir das dem körper zuführen sagt diesem gnhr dem hypothalamus hier oben hier sind irgendwie hormone da brauchst du jetzt nichts machen mach dich mal entspann dich nimm dir einen kaffee wir brauchen jetzt erstmal nichts weiter kein lh und kein fsh aber wir brauchen ja das lh diesen peak kennt ihr das noch vom zyklus video für den eisprung dieser lh peak der ja von hier oben gesteuert wird gnhr fslh da unten kommt es an aja eisprung der fehlt jetzt auf einmal weil die rückkopplung so ist wir haben hier genug hormone wir brauchen nicht noch mehr lh also kommt es auch nicht zum eisprung das ist die wirkung von den östrogenen vor allen dingen die gestagene und das haben wir ja in dem blog artikel auch besprochen das sind ja die die hauptverantwortlichen für diesen verhütungseffekt die haben auch auf diesen hormonellen status natürlich einen effekt die haben genau diesen rückkopplungsmechanismus machen aber eben noch vor ort ganz viel verdicken zum beispiel diesen cervix schleim oder machen die eileiter nicht so mutil dass sie diese eizellen falls es denn zum eisprung kommen sollte transportieren etc die schleimhaut wird vorher umgebaut so dass es vorher zu einer transformation kommt also die gestagene haben auch den rückkopplungsmechanismus aber die östrogene vor allen dingen dadurch dass dieser lh peak ausbleibt wir schaffen also durch die hormonelle verhütung einen gewissen status an hormonen und dadurch kommt die rückkopplung zustande heute wir brauchen jetzt nicht diese pulsatilen wellen diesen lh peak für den eisprung macht euch da oben einen ruhigen und deswegen kommt es auch nicht zum eisprung und deswegen ist das auch ein gewisser verhütungseffekt das ist jetzt grundsatz prinzip der hormonellen verhütung dass dieses wirkprinzip aber auch ein nebenwirkungsprofil hat das haben wir auch im blog artikel erzählt denn so hormone die sind eben nicht nur ich habe es angedeutet die sind eben nicht nur für die weiblichen geschlechtshormone zuständig sondern haben systemischen effekt auf die leber auf die gerinnung auf die knochen also das darf man auch nie vergessen hormone haben natürlich auch effekte auf den rest des körpers und da kommen wir dann zu den nebenwirkungen die wir aber im blog artikel über die einzelnen hormone auch schon besprochen haben ihr habt es jetzt schon fast geschafft es ist ein thema über das ich vier stunden am stück reden könnte aber ich versuche das jetzt wirklich kompakt möglich zu erläutern dass ihr es einfach versteht uns auch so in den worten eigentlich auch wiedergeben können damit ihr versteht was da auch mit eurem körper passiert jetzt gibt es natürlich verschiedenste arten von hormoneller verhütung auch das haben wir in dem blog artikel besprochen als nächstes video möchte ich mit euch besprechen mehr den klassiker die pille und ich habe schon angedeutet es gibt eben nicht nur diese eine pille es gibt nicht nur diese eine tablette die man schluckt sondern da wird mit den östrogenen und den gäster gehen ganz viel gespielt in verschiedensten dosierungen auch in verschiedensten phasen um man diesen zyklus irgendwo anzupassen den der weibliche körper ja eigentlich vorgegeben hat man kann also sagen okay wir geben am anfang eher östrogene und in der zweiten zyklus hälfte eher die gestagene es bietet sich also auch noch mal an wirklich das zyklus video zu schauen um zu verstehen worauf diese hormonelle verhütung mit der pille eigentlich abzielen möchte aber es gibt eben neben der pille auch noch andere möglichkeiten und das besprechen jetzt stück für stück für stück für stück ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen tag abonniert auf jeden fall diesen kanal wenn ihr am ball bleiben wollt wenn ihr mehr erfahren wollt über die verhütung gibt mir rückmeldung erstens in den kommentaren auch gerne eure geschichte zu der hormonellen verhütung da gibt es ja diverse positive wie auch negative geschichten denn auch diese hormone haben natürlich ein einfluss auf haut haare brüste also wir haben es schon besprochen systemische wirkung guckt auch mal bei instagram und bei facebook vorbei da gibt es mich auch und wir sehen uns im nächsten videos wird spannend und es bleibt spannend bis dahin viel spaß mit diesem kurs cola ja 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 Vielen Dank.